Deutschland hat für die kommenden sechs Monate nun tonusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft inne. Damit hat die Bundesregierung bis Ende des Jahres deutlichen Einfluss auf Themenschwerpunkte und Zeitpläne. Neben eigenen Akzenten geht es um drei große Pflichtthemen. Die Corona-Pandemie hat die EU-Staaten stark getroffen. Schwerpunktmäßig soll es zunächst um die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen gehen. Die EU-Kommission hat ein Krisenprogramm von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Unter den Mitgliedstaaten sind allerdings viele Punkte noch umstritten. Ein EU-Gipfel Mitte Juli soll den Durchbruch bringen. Bei dem Gipfel steht auch der nächste EU-Sieben-Jahres-Haushalt auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung will einen raschen Abschluss der Verhandlungen. Sie hofft, dass die Verbindung des Budgets mit dem Corona-Hilfsplan übergreifende Kompromisse ermöglicht. Wenn nicht, droht der Streit um Finanzen, den deutschen Vorsitz länger zu belasten. Ein wichtiges Thema ist auch das Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit. Ziel ist ein Durchbruch bis zum Herbst. Wenn es bis Jahresende kein Abkommen gibt, gehen im beiderseitigen Handel die Zollschranken herunter. Für die Wirtschaft, die durch die Corona-Krise ohnehin gebeutelt ist, ist dies keine schöne Vorstellung.